Warum hasst du das Spiel? Angeblich mag ich dieses Genre nicht. Hä? Zollt Respekt! Wenn ihr als Freund kommt, so beweist es. Zollt Respekt oder kommt zu uns in den Tod. Ja, wir zollt schon Respekt da an den Altaren beten. Hier lang. Wo läuft es lang, Alter? Hier, hier. Hier ist auch eins. Mach du mal woanders, mal gucken. Hast du jetzt auch eins von vier? Ja. Okay. Oh, hier ist ein Gegner. Wir waren früher Nomaden. Es war das Werk des heiligen Willow. Er lehrte unsere Herzen das Wandern. In jenen Tagen nannten die ersten Aschkar nämlich einen Bruder. Genau. Hierki ins Gerät gut. Hier die ersten Aschkar. Hier. 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 Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier. Hier, hier. Hier, hier. das problem ist du musst auch an jedem einzelnen schreien einmal das machen beten das war eins von vier gehabt hast du gesagt wir gaben und da wo du warst muss ich das auch machen und jagen den großen scar mein schwer brachte ihm den todesstoß bei alle kinder velots umarmten sich im triumph dann änderte sich alles ich bin fast fertig ich bin fertig ok begriffniskammer schwarze da da muss man direkt mit dem reden ich gucke mir noch ein bisschen die umgebung an ich gucke mir noch ein paar items looten kann das gehört ja auch dazu hallo hallo was gemacht was ich gesagt habe so ab das sind keine richtigen bauchschmerzen die haben wir seit heute mittag schon alter ist gerade ein bisschen schlimmer geworden was habt ihr gemacht der kommt mal abhex jetzt die kleinen jun ja warte äh schon wieder ein update für gerade gerade hat der asis das spiel schon hast du das spiel ja der hat es untergeladen guck mal du wirst das spiel am anfang hassen aber später macht das irgendwie keine ahnung warum und siedelten am feuerfluss das ist einfach krass das ist einfach krass das ist ja die kommen dann äh geh ich jetzt asis ne ja ich mach das noch hier schnell fertig eine zeitlang hat du meinst mit dem reden ja die äh ja ich mach hin der asis ja ich hab was gemacht aber ich bin schon fast fertig wir waren noch auf derselben quest mit barys ähmle du bist level 7 ne im asis ist jetzt schon der 5 aber ich muss euch eins sagen auf meiner insel kann man schneller leveln aber da gibt es nur einen grund warum da gibt es so welche portale wenn du da die portale tötest kriegst du voll viel erfahrung und von denen habe ich voll viele gemacht jetzt so hintereinander ich hab die gefarmt und wo hat der Asis denn überhaupt gefarmt ne ganz normal quest und was ist der jetzt was äh ich hab zweiten charakter gemacht oder Kramda was bist du jetzt BESCH ich bin immer äh ich bin dunkelelf ja uro dos tres uro dos tres uro dos tres was warum liegt dir der dunkelelf ich hab kein dunkelelf ich hab agonia Batar hat auch dunkelelf nein der hat auch agonia der hat auch agonia echt ja ja was hat das für ne klasse gemacht die ersten Aschkane wurden alt und sterben neue Aschkane nahmen ihren Platz ein klasse ist die historie mit seelen schwarz wie peck aber ne ignoriert dich einfach zeigst du dazu oh naja was hat das für klasse gemacht hat ich dunkelelf hab ich schon gesagt die letzten klasse alter hast du drachenritter ahm ja dann ist es TAM copy von mir ja ja erstmal hatte ich ja hoch elf ne und dann wollten wir im pvp server gehen aber wir wollten zusammen pvp spielen ne also ne gruppe und das ging nicht weil ich hoch elf bin weil ich gehöre einer anderen wie heißt das allianzan als batu und barisch dieser allianz den konnten wir nicht zusammen pvp spielen was bist du denn ja es gibt da ja so drei fraktionen ja was ist denn äh ich vergesse manch hoch elf was ist das für eine allianz ja da ist irgendwas D blabla irgendwas domanio oder weiß ich was und äh batuan und barisch sind ebenherz packt ja und du denkst du auch emblea auch ja ich bin doch auch ebenherz alter ich hab dunkel elf ja ich war kein ebenherz ich war was anderes deswegen ach so ach so war klar alter das deswegen hab ich auch extra darauf geachtet weil das war schon klar ja irgendwann ja ich würde das geben erst einen tag später geholt deswegen ja also ich hab den barisch damals auch gefragt der wusste das auch nicht halt der einfach nimm was du willst aber ich wusste das das war's dass du darauf achten musst alter wala damsen ja ne dir dem emre waa ja natürlich alter waa was hast du denn gedacht ein nippel wo du gerade einfach fest alter wenn du es gesagt äh ja ja kein boss kommst du mal morgon hehehehehe hey diese äh dieses video was du mir geschickt hast ne war das ja voll cool ja das äh diese dieser glitch alter ja ja wo du schaden zuletzt gemacht hast und standest da spawnt auch die kist der drop über das loot aber man kann das mit cp umgehen die tippe hat gezeigt wenn man so nach links rennt mhm dann wird das so links äh spawnen aber der kam das nicht dran oder so ne ja ich äh ja ich äh starte aber schon wegen ins apex mein pc ist stabiler schafft beides auf einmal äh äh weißt du das kennt schon einige äh keine ahnung voll behindert alter das spawnt einfach in diesem dreieck ja ach was passiert wenn du in einen äh Vanilla server spielst alter wie willst du das selber an den loot rankommt dann musst du dein haus selber raiden alter 1 2 3 Blablablablablablablablablablabla Huttstorzstres Blablablablablablablablablabla Schienee Pomboladea Ja hör mal warum bin ich allein in Epic Zone Ja weil ich mir gerade einen neuen Treiber unterlade Warum ist das denn? Ja aber keine Ahnung man, warum kommt ein Update raus? Ja du musst dann jede Woche dann updaten Meine Ahnung Ja ich möchte halt auf dem neuesten Stand sein Nee 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 Weil manchmal ist das so, wenn du ein stabile Dingens hast Stabiles Update hast, lass es erstmal Weil das kann sein, dass da äh Bei dem nächsten Bugfixes Entstehen, also Bugs entstehen Die müssen erstmal gefixt werden Zum Beispiel jetzt Ja das ist immer so, normalerweise Kommt ein großer Update und ist sehr viel MB Und danach kommen immer so Kleinere Updates, die das immer beheben In Bugfixes Sag ich mal so Bei mir ist es jetzt gerade nicht ein kleines Update Weil ich so meinen großen Update schon vor ne Woche hatte Das passiert auch nicht bei jedem In Bugfixes Es ist äh Das passiert bei manchen Spielern Oder Viewsern Was auch immer Und die melden das Und dann Passt die das nochmal an Unsere Aschkane Unsere Aschkane ihn und seine Leute ab Etwas was uns bis heute quält Wir sprechen nur selten davon Vielleicht können wir es wieder gut machen Ich habe keinen Streit mit den Stimmen Aber meine Ahnen haben hier einen Anspruch Aldrun war Ist unsere Heimat Auf keinen Fall Die Häuser holen sich das Land, das uns nährt Sie werden uns nicht auch noch Skar entreißen Weitseherin, ich will niemanden verdrängen Ich heiße die Veloti an meinem Tisch willkommen Eure Pilgerreisen, eure Steingräber, eure Feierlichkeiten Alles wird bleiben, wie es ist Ihr habt mein Wort Die Sünden der großen Häuser waschen nicht den Anspruch des Unbesungenen fort Die Veloti ehren die Vergangenheit Ihr habt dabei geholfen, dieser Zunderist Siedelt euch hier an, wenn ihr wollt, Sohn des Dranod Ich bete nur, dass Skar groß genug für uns beide ist Vielen Dank Was da fertig? τ